Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen wieder Bauernstrukturen an und wie schon letzte Woche geht es um das schwache Feld auf D5. Heute soll es aber darum gehen, wie man damit umgeht, wenn man denn so ein schwaches Feld hat. Das ist insbesondere für die von euch wichtig, die Naidov und Sveshnikov spielen. Aber natürlich kann das auch in anderen Eröffnungen entstehen, zum Beispiel auch in Spanisch. Und daher ist das wichtig für die Scharrausbildung eines jeden Spielers und einer jeden Spielerin. Wenn ihr allgemeine Pläne und auch die Pläne für die weiße Seite sehen wollt, dann schaut gern in das Video von letzter Woche rein. Das verlinke ich hier oben. Ja, starten wir in diese Stellung. Eine Partie zwischen Kovcan und Risma Thulin. Schwarz, hartes Läuferpaar, weiß hat aber hier einen Springer auf D5 platziert. Wie wir beim letzten Mal besprochen haben, ist das im Prinzip das Ziel. Schwarz spielte nun Läufer G5. Also Schwarz sagt, er möchte gern das Läuferpaar behalten. Er kontrolliert jetzt diese Diagonale von H6 bis C1, was erstmal nicht so wichtig erscheint. Aber wenn man anfängt auf der C-Linie zu spielen, könnte das eine große Rolle spielen. Es folgte Turm D1, Turm C8. Ja, Schwarz möchte einfach langfristig auf den C2-Bauern Druck ausüben. Entweder während er auf C2 steht oder wenn er auf C3 steht, gibt es auch Ideen mit B5, B4 zu spielen. Weiß kann hier C3 oder C4 spielen. Denn C4 sieht auf den ersten Blick vielleicht logischer aus, weil es den Springer auf D5 stützt. Aber das Problem ist, dass nach Springer E7 Schwarz nun droht, auf D5 zu nehmen und Weiß muss damit einen Bauern wieder schlagen. Nach Springer E7, Dame E7, Dame D6 tauscht Schwarz einfach die Damen und spielt Läufer schlägt C4. Der Springer auf B3 steht jetzt sehr weit weg vom Feld D5 und vermutlich würde es Schwarz schaffen, einen Turm nach C2 zu bekommen. Weil Weiß eben auch nicht in der Lage ist, Turm C1 zu spielen, da der Läufer dieses Feld sehr gut kontrolliert. Das heißt, das wäre nichts Tolles für Weiß und wenn Weiß Springer D2 spielt, dann kann Schwarz eben auf D5 schlagen. Weiß muss mit einem Bauern schlagen, nach E schlägt D5 folgt einfach Läufer D7, als nächstes F5 oder B5. Und nach C schlägt D5 folgt auch Läufer D7, auch F5 ist eine Idee. Die C-Linie wird von Schwarz kontrolliert, Dame B6 ist eine Idee, Schwarz hat das Läuferpaar und steht einfach angenehmer. Deshalb folgt in der Partie C3, aber hier eine sehr ähnliche Idee, Springer E7. Auch hier ist die Frage, was soll Weiß spielen? Hier folgt nach Springer schlägt E7 natürlich Läufer schlägt E7. Wieder ist das Problem, der Springer steht sehr weit weg vom Feld D5 und Schwarz wird früher oder später versuchen, mit F5 Gegenspiel zu erzeugen. Nach Springer D2 kann man aber auch erstmal Dame A5 spielen, denn A2 hängt und nach A3 folgt Tom FD8. Es droht jetzt schon D5, Springer C4 ist nicht möglich und nach C4 folgt Läufer G5. Schwarz ist jederzeit bereit, auf D2 zu schlagen. Der C4 ist auch ein Problem, denn der Springer von D2 kann jetzt auch einfach gar nicht ziehen, weil der Läufer schlägt C4 folgt. Und auch hier wäre ich lieber Schwarz. Es folgt der Springer E3, Tom C6. Der Tom verteidigt D6 und bereitet eben auch vor, dass man vielleicht mal auf der C-Linie spielen kann. Hier folgt der Springer D2. Es ist vielleicht kein optimaler Zug. Weiß könnte versuchen, mit Läufer G4 hier den Verteidiger von D5 abzutauschen. Das Problem ist, dass Schwarz eben auch auf E3 zum Beispiel schlagen kann. Und nach Läufer schlägt E6. Läufer schlägt F2. Tom schlägt F2. F schlägt E6. Vom F8, König F8. Ja, hat Warz erstmal einen Bauernmeer. Der Springer kann nach G6 gehen. Der König nach G8. D6 ist gut gedeckt. Und hier ist es nicht so einfach für Weiß. Zu der Sicherheit hat Weiß auf jeden Fall nichts erreicht. Trotzdem wäre das wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Nach Läufer G4 muss Schwarz übrigens auch nicht reagieren. Also auch damit C7 ist der Entzug. Denn wenn Weiß jetzt auf E6 schlüge, dann wäre das Feld D5 ja auch verteidigt. Und hier ist es sehr schwer, den E6 anzugreifen. Aber es folgte Springer D2. Eventuell möchte der mal nach C4, B5. Springer F3. Und hier gibt Schwarz einfach das Läuferpaar ab. Aber er ermöglicht sich nun, bzw. nimmt Weiß die Möglichkeit, diesen Springer nach D5 zu stellen. Dame E3, Dame C7. Und A3. Und jetzt sollte man sich die Frage stellen, was möchte Schwarz hier tun? Auch das habe ich im ersten Video erwähnt. Schwarz möchte eigentlich grundsätzlich sehr gerne D5 spielen in diesen Stellungen. Dazu muss man als erstes den Bauern auf E5 verteidigen. Deshalb F6. Hier folgt der Springer E1. Ja, die Frage ist, was soll Weiß sonst machen? Ich habe noch Turm D2 angeschaut. Einfach mit der Idee Turm D1. Weil hier kommt eben schon D5. Und nach Schlägt-Schlägt kommt der Springer nach F4. Und hier steht Schwarz mit Sicherheit angenehmer, denn man hat einen Zentralbauern mehr. Und die Figuren stehen einfach sehr aktiv. In der Partie folgte, wie gesagt, Springer E1. Aber auch hier kommt D5. Die weiße Idee war nun, F4 zu spielen und das Zentrum aufzureißen. Und auch zumindest diesen E5-Bauer zu tauschen. Das ist durchaus logisch. Schwarz schlug auf F4 und spielte Sprenger G6. Turm F2 und nun auf E4 geschlagen. Und Läufer B3. Ja, Schwarz muss hier schnell spielen. Das Zentrum ist komplett aufgerissen worden. Wenn jetzt keine Seite die Initiative an sich reißen kann, dann ist die Stellung wahrscheinlich ausgeglichen. Denn die Bauernstruktur ist nicht symmetrisch. Aber dennoch ist keine Seite hier irgendwie strukturtechnisch deutlich besser. Es folgte Turm D4 und Turm E6. Dame G4 und Springer E5. Und hier wird, glaube ich, sehr klar, dass Schwarz auf jeden Fall die Initiative hat. Es folgte Dame G3, Dame E7. Also Schwarz spielt jetzt auf der E-Linie und nach Springer F3 schlägt. Ja, hat die Dame geschlagen und nach Turm E8 hat Schwarz hier ein schönes Schwerfiguren-Trippel aufgebaut. Nach Läufer F1 zum E1-H3 folgte Läufer C4. Und hier steht Schwarz auf jeden Fall deutlich besser. Der Läufer auf F1 ist gefesselt. Die schwarzen Figuren sind aktiver. Und Weiß hat auch hier überhaupt gar kein Gegenspiel. Ich werde den Rest der Partie nicht zeigen, denn ich glaube, dass das ja zwischen nichts mehr mit dem schwachen D5-Feld zu tun hat. Und wir wollen ja uns ja in diesen Videos wirklich auf das Thema konzentrieren. Ich werde natürlich unten in die Infobox schreiben, wer diese Partie gespielt hat. Dann könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, auch gern noch das Ende der Partie angucken. Das empfehle ich euch auch. Aber ja, ich möchte in diesem Video einfach erklären, was sind die Ideen. Und das hier gehört nicht mehr wirklich dazu. Vielleicht können wir aber trotzdem nochmal kurz zusammenfassen, was hier der Punkt war. Der Punkt war, dass dieser Springer auf D5, der stand da zwar gut, aber alleine konnte er nicht besonders viel ausrichten. Schwarz hat einfach gedroht, ihn rauszuschlagen, sodass er mit einem Bauern ersetzt werden müsste. Und dann hat er dem nichts entgegenzusetzen. Und dann hat es Schwarz einfach nach einigen Vorbereitungen geschaffen, D5 durchzusetzen. Und das ist meistens schon ausreichend für Schwarz, um zumindest die Initiative an sich zu reißen. Schauen wir noch ein Beispiel an. Wir hatten auch im letzten Video schon ein Video von Judith Pulger. Auch hier haben wir wieder eins, diesmal mit den schwarzen Steinen gegen Badu-Jobawa. Und schauen wir mal, wie sie aus dieser Sicht mit dem schwachen D5-Feld umgeht. Weiß war hier im Zug und spielt der F5. Hier sollten wir uns als erstes fragen, was fällt uns auf? D5 ist schwach. Der Bauer steht auf F5 statt auf F2, wie in den meisten Stellungen, die wir bisher gesehen haben. Das bedeutet, dass Schwarz durchaus etwas besseren Druck auf E4 hat, da der natürlich gar nicht mehr durch den F-Bauern verteidigt werden kann. Der Nachteil ist natürlich, dass Weiß eventuell die Idee hat, mit G4, G5 einen Königsangriff zu starten. Schwarz hat bereits B5 gespielt, aber B4 ist momentan unterbunden, denn der Bauer steht auf A3. Jetzt ist die Frage, kann Weiß das Feld D5 überhaupt besetzen mit einer Figur, ohne dass der Bauer schlagen muss? Und hier kommen wir, glaube ich, sehr schnell zu dem Schluss Nein, denn es ist zweimal kontrolliert und von Weiß ist nicht klar, wie das noch weiter kontrolliert werden sollte. Es folgt in der Partitum AC8. Auch hier, Schwarz spielt wieder auf der C-Linie. Was kann Weiß spielen? Also, falls ihr vor G4 Angst habt, hier kann einfach Dame C4 folgen. Schwarz möchte D5 spielen und einfach die Stellung aufreißen. Guckt euch den Weißen König an. Ist der wirklich sicherer als der Schwarze? Was gibt es noch? Es gibt noch Dame D3, aber auch hier kann einfach Turm D8 folgen. Und Schwarz möchte weiterhin D5 vorbereiten. Vielleicht schafft man das nicht direkt. Aber Schwarz spielt einfach Standardzüge. Schauen wir Dame E1 an. Das folgte in der Partie und hier, ja, spielte Polgar, na, spielte Polgar Turm E8. Auf den ersten Blick ist der Zug sehr mysteriös und die meisten von euch, nehme ich an, ich wahrscheinlich auch, würde erstmal Turm D8 in Betracht ziehen, denn wir wollen ja D5 spielen. Denn die Idee nach Turm D1 D5, ja, ist irgendwie, dass der Turm eben dieses Feld deckt. Aber hier könnt ihr vielleicht verstehen, warum der Turm auf E8 steht, denn Polgar würde hier gern E4 spielen und dann ist diese Gegenüberstellung natürlich etwas unangenehm für Weiß. Deswegen Turm E8, es folgt Turm D1 und D5. D5 ist hier nicht der einzige Zug, also Schwarz hat hier auch zum Beispiel die Idee mit A5 zu spielen. Denn Weiß hat, ja, das Feld D5 nicht gut genug kontrolliert. Das heißt, Weiß hat hier keine volle Kontrolle über die Stellung. Und dann Sprenger schlägt B5, Dame C2, Sprenger D6 schlägt, schlägt, Läufer schlägt E4. Ist die Stellung völlig unklar, totales Chaos, das hätte wahrscheinlich beiden Spielern ganz gut gefallen. Aber D5 ist natürlich irgendwie die logischere Fortsetzung, wie gesagt, wenn man in diesen Stellungen, insbesondere auch in Sizilianen Strukturen, D5 spielen kann, dann sollte man es meistens tun. Weiß kann mit dem Bauern schlagen oder mit dem Springer. Schauen wir als erstes, was passiert, wenn Weiß mit dem Springer schlägt. Dann könnte der Läufer schlagen und Läufer C5. Ja, Schwarz tauscht diesen schwarzfeldrigen Läufer ab und hier, wenn Weiß jetzt versucht, den E-Bauern zu blockieren, folgt einfach da mit C4. Der hängt jetzt wieder. Nach Läufer D3 kann man einfach auf D5 schlagen, denn jetzt steht der Bauer auf F5 jeglichen Abzügen im Weg. Und wenn hier D6 folgt, Achtung, man sollte jetzt nicht einfach blind auf E4 schlagen, denn D7 ist da ein Problem. Aber man kann erstmal Turm D8 spielen und nach Läufer D3 damit C5 bleibt der Bauer auf D6 nicht mehr lange auf dem Brett. Ja, E schlägt D5 folgte in der Partie und hier E4. Und hier hat sich Joubaba vermutlich verrechnet, am besten wäre es hier Läufer E2 zu spielen, aber hier zum Beispiel nach Läufer C5 oder auch Läufer schlägt A3 hat Schwarz auf jeden Fall die Initiative. Stattdessen folgte Springer schlägt E4 und Läufer schlägt D5. Und ich bin mir nicht sicher, ich vermute, dass hier Joubaba was übersehen hat. Springer schlägt F6 ist natürlich die logische Idee, denn der Läufer auf D5 hängt ja nun, aber nach Läufer schlägt F6 hat Schwarz einen Gegenangriff auf die weiße Dame. Man kann hier durchaus auf D5 nehmen und versuchen diese Stellung zu verteidigen, aber viel Spaß macht das wahrscheinlich nicht, denn auch der Bauer auf A3 ist sehr schwach. Die Alternative irgendwie da mit D2 zu spielen und nach Läufer F3, Turm F3, Läufer B2 ist auch gar nicht schön. Der C2 ist schwach, der A3 ist schwach, auch der F5 kann schwach sein und ich sehe nicht, was weiß dafür hat. Joubaba wählte stattdessen Läufer D4. Aber hier könnt ihr auch gern mal kurz das Video anhalten und euch überlegen, was ihr spielen würdet, wenn ihr auch gern den Kopf ein bisschen selbst benutzen wollt. Wenn nicht, dann hört mir einfach weiter zu. Ja, hier Springer schlägt E4, Läufer schlägt E4 und Läufer F6. Sehr, sehr schöne Lösung von Judith. Der Turm erwacht zum Leben, der Läufer guckt natürlich auch in Richtung König. E4 ist doch ein Problem für weiß. Und nach Läufer F6, Läufer E4 hat weiß vielleicht verpasst, dass Läufer schlägt G2 droht. Und das würde die Dame gewinnen, das heißt, weiß hat keine Zeit, diesen Läufer zu retten. Also nach Läufer C3, Läufer G2 ist einfach die Dame weg und bei diesem schwachen König gibt es hier keine Chance, die Stellung zu retten. Und in der Partie folgte Dame H4, aber jetzt nach G schlägt F6 vom F4. Dame C2, es gibt kein Matt, also nach Turm G4 folgte König F8. Ganz wichtig, hier nicht König H8 zu spielen, denn das wäre tatsächlich Matt. Aber nach König F8 hat weiß im Prinzip auch keinen Angriff. E4 ist gut verteidigt, der kann auch nochmal verteidigt werden. Und der weiße König ist nicht besonders stark und ja, vor allem hat Schwarz eine Leichtfigur mehr. Und Jobaba hat jetzt hier auch aufgegeben, er hat sich eben nur noch König F8 zeigen lassen, dass Volker sich da nicht Matt in 1 setzen lässt. Ja, ich glaube, das waren in beiden Fällen gute Beispiele. Im ersten Beispiel stand ein Springer auf D5. Der war da aber nicht so richtig stabil und Schwarz konnte den oft genug angreifen, sodass er wegziehen musste oder eben zulassen, dass Schwarz ihn schlägt und er durch einen Bauern ersetzt werden muss. Und hier im zweiten Beispiel hat es überhaupt gar keine Figur nach D5 geschafft. Und in beiden Beispielen habt ihr gesehen, früher oder später hat Schwarz es geschafft, D5 durchzusetzen. Und wenn Schwarz es schafft, D5 durchzusetzen, hat man das bessere Zentrum, die Figuren erwachen zum Leben. Und ja, oft reicht es mindestens für die Initiative oder sogar schon zu Vorteil für Schwarz. Und ich glaube, in den beiden Partien konnte man das auch sehr gut sehen. Wie gesagt, ich werde unten hinschreiben, wer die Partien gespielt hat und wann. Dann könnt ihr das gerne googeln und euch die Partien nochmal in Ruhe anschauen und natürlich auch gerne die Eröffnung, wenn euch das interessiert. Ich habe hier versucht, mich aufs Thema zu konzentrieren, habe deswegen erst in Stellung eingesetzt, wo das Thema relevant wird, wo man sieht, was los ist in der Stellung und ja eben, wo man darüber sprechen konnte, was die Pläne sind. Ja, ich hoffe, die beiden Videos zum schwachen Feld auf D5 haben euch gefallen und euch geholfen. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Lasst mich natürlich auch gerne wissen, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, irgendwelche bestimmten Bauernstrukturen, die ihr gerne mal besprochen haben wollt. Ja, falls ihr andere Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, lasst mich das natürlich auch gerne wissen. Ich mache ja noch andere Videos hier außer Bauernstrukturen. Deshalb freue ich mich natürlich auch da über Anregungen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!